Söndchen, die André-Läubel-Show. Immer, wenn dir jemand Angst geben möchte oder Angst machen möchte, sag einfach, nein, danke. Und nimm diese Angst nicht an. Und zwar völlig egal, woher das kommen soll oder woher das kommt. Aus den Medien, die sagen, du musst Angst haben vor dem und vor dem und vor dem und davor erst recht. Oder ob das aus irgendwelchen alternativen Kanälen ist, die vielleicht sagen, ja, aber die dunkle Seite, die macht genau das. Und die macht dieses ganz furchtbare Ding und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Auch diese Angst musst du nicht annehmen. Einfach, nein, danke. Denn du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst dich an deine eigene Kraft, an deine eigene Macht erinnern. Denn du bist so ein machtvolles, hellschwingendes, wundervolles Wesen. Und du bist so viel mächtiger, du bist so viel stärker, als du bis jetzt vielleicht noch weißt. Denn in dir wohnt so viel Kraft, so viel Energie und so viel Schöpfermacht auch. Denn mit dem, was du jeden Tag denkst, fühlst und wie du handelst, kreierst du die Welt um dich herum. Und wenn wir uns jetzt einreden lassen, wir müssten aber Angst haben, weil es gibt immer einen guten Grund. Und wenn der eine Grund abgelaufen ist, kommt der nächste. Gestern war noch das, aber heute habe ich Angst, weil. Dann sagst du einfach, nee, meine ich. Danke, aber nein, danke. Denn wenn wir in Angst denken, dann sind wir so zusammengezogen. Dann sind wir ganz klein, fühlen uns auch ganz klein, fühlen uns machtlos, hilflos und sagen, uuuhuuhu. Und dann sehen wir gar nicht die ganzen Möglichkeiten, die da sind. Wir können da nicht kreieren. Wie wollen wir denn Freiheit, Liebe, Wohlstand, Pixalo, weil diese ganzen guten Dinge kreieren, wenn wir in der Angst sind. Wenn wir in der Angst sind und Entscheidungen treffen aus Angst, dann kreieren wir nur mehr Dinge, vor denen wir dann Angst haben. So, uuuhu, dann mache ich schnell das und dann uuuhu, dann wird es nämlich noch schlimmer. Und deswegen ist die Lösung, die Angst einfach nicht anzunehmen, sondern dich darauf zu besinnen, a, was du für ein machtvolles Wesen bist und b, was eigentlich wirklich los ist. Und wie viel nämlich auch Angstmache ist. Lass dich nicht von der Angstmache fangen. Egal von welcher Seite und auch egal, wie gut es vielleicht jemand wirklich mit dir meint. Er sagt, ja, aber da gibt es dieses furchtbare Ding, was da passiert und uuhuuhu und da kann man gar nichts gegen machen. Aber ich wollte dir das sagen, damit du das weißt. Musst du nicht annehmen, weil das hilft dir nicht. Weil es hilft dir nur, dich kleiner zu fühlen. Das hilft dir nicht, in deine Macht zu kommen. Und deswegen, wenn jemand dir etwas anbietet, dir eine Vibration anbietet, wenn dir jemand Informationen anbietet, achte auch immer sehr darauf, wie macht mich das Fühlen? Oder wie soll mich das auch Fühlen machen? Und wenn du merkst, na, das soll mich klein fühlen machen, oder das soll mich so unterdrücken, oder das soll mich in Angst bringen, oder so, oder dass ich mich zusammenziehe, dann sag einfach, nein, danke, behalt, kannst du machen, ist ja okay, mach für dich, aber für mich, danke, nein. Denn es gibt so viel, was wir tun können. Und auch selbst, wenn du gerade vielleicht mal in so einer Angst drin bist, weil es erwischt einen ja manchmal. Und dann denkst du, wow, puh, puh, puh. Und dann frag dich immer, was könnte ich denn jetzt Positives tun? Was könnte ich jetzt Positives tun? Oder vielleicht sogar, gibt es nicht etwas Besseres, was ich jetzt tun könnte, als hier zu sitzen, um mich zu fürchten? Und die Antwort darauf ist meistens ja. Und dann überlegen wir uns, was können wir denn tun? Und wenn uns gar nichts einfällt, was wir tun könnten, dann gehen wir einfach mal raus zu Mama Natur. Schnüffeln mal wieder so ein bisschen an den Blumen, lassen das Sönnchen auf uns drauf scheinen. Und wenn wir einen Hund haben, nehmen wir den Hund mit oder so. Das heißt, es gibt immer irgendwas Besseres, was wir tun können, als Angst zu haben. Und es gibt auch Dinge, die wir tun können, damit vielleicht sogar auch diese Ursache der Angst uns gar nicht mehr irgendwie berühren kann. Das heißt, wir können zum Beispiel alte Trigger auflösen. Wir können uns Informationen reinholen, wie Dinge vielleicht auch von der anderen Seite aus sehen. Wir können uns auch daran erinnern, was für machtvolle Wesen wir sind. Denn, und das ist auch ganz wichtig, Beeinflussung ist niemals eine Einbahnstraße. Wenn man sagt, ja, aber vielleicht wird man von der dunklen Seite irgendwie beeinflusst oder so. Wenn irgendetwas dich beeinflussen kann, dann bist du mindestens genauso stark, um es auch zurück zu beeinflussen. Das heißt, man sagt, ja, aber ich habe Angst vor irgendwelchen dunklen Sachen oder so. Brauchst du nicht. Weil, mach einfach dein Herz auf. Liebe, verbinde dich mit Gott. Verbinde dich mit Mutter Erde und dann strahle. Weil alles, was dich beeinflussen könnte, kannst du genauso zurück beeinflussen, sogar noch stärker. Weil alle Technologie ist viel schwächer als das, was aus deinem Herzen kommt. Das heißt, keine Angst, sondern einfach offen bleiben. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir alle sind beschützt. Und wir alle sind auf dem Weg, unsere Macht anzunehmen. Wir alle sind auf dem Weg, auch wirklich wieder zu erkennen, wie mächtig wir sind. Denn wir können so viel mehr. Und vielleicht ist es dir in den letzten Jahren auch schon mal passiert, dass so Dinge passiert sind, wo du denkst, boah, das habe ich jetzt echt gemacht. So, wow. Erinnere dich da dran. Erinnere dich da dran, wie mächtig du bist. Und was du alles bewirken kannst. Und wie gesagt, wenn dir jemand Angst anbietet, sag, nein, danke, und wenn er weitermachen will, dann schick ihm einfach Liebe. Weil Liebe ist um ein Milliardenfaches stärker als Angst. Wenn dir jemand Angst schicken will und du schickst ihm Liebe, dann kann der damit leider nicht weitermachen. Geht nicht. Weil Angst löst sich in Liebe immer auf. Das heißt, wenn wir Angst haben, dann können wir vielleicht sogar auch, eine wilde Idee, wie wäre es denn, wenn wir diese Angst, die wir haben, mal in ein Gefühl von Liebe einhüllen. Die Angst, die wir haben, einfach mal einhüllen in ein Gefühl von Liebe und sagen, ich liebe mich, auch wenn ich jetzt gerade Angst habe. Oder ich liebe mich, weil ich Angst habe. Und denkst vielleicht, ja, aber ich will mich gar nicht lieben, wenn ich jetzt Angst habe oder so. Und außerdem bin ich eh nicht so. Also geh weg. Dann kannst du dich dafür lieben, dass du dich gar nicht lieben willst. Dann sagst du, ich liebe mich dafür, dass ich mich nicht lieben will. Und sagst du, ja, aber ich will nicht. Dann sagst du, okay, ich liebe mich dafür, dass ich will dich. Das heißt, du kannst immer irgendwo anfangen und alles, was du fühlst, immer in ein Gefühl von Liebe einhüllen. In ein Gefühl von Ausdehnung bringen. Und wenn du das tust und nicht gegen die Angst gehst, sondern sagst, okay, Angst, du bist da. Und guck mal, hier ist ganz viel Liebe. Und sagst, die Angst, geh weg, Liebe. Dann sagst du, ist okay, ich liebe dich auch, wenn du sagst, geh weg. Und dann können wir nach und nach diese Ängste auch sehr schnell und auch sehr effektiv auflösen. Das heißt, erinnere dich daran, was für ein machtvolles Wesen du bist. Beeinflussung ist kein Einbahnstraße. Und alles, was dich beeinflussen könnte, kannst du um ein Vielfaches stärker zurückbeeinflussen. Einfach mit deinen guten Vibes, die du strahlen lassen kannst. Mit deinem leuchtenden Herzen, was du strahlen lassen kannst. Mit dieser göttlichen Präsenz, die du in die Welt bringen kannst. Mit dieser Verbindung von Mutter Erde, die durch dich in die Welt kommen kann. Du bist so viel stärker als alles, was versucht, dich zu manipulieren. Erinnere dich daran. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Das war dein Söhnchen-Podcast mit André Leubel. Mehr von André findest du auf www.söhnchen.com Und das war dein Söhnchen-Podcast mit André Leubel. Und das war dein Söhnchen-Podcast mit André Leubel.